So, wir beginnen mit dem Grundschritt, den Rücken. Das ist immer ganz gut zur Einstimmung. Das funktioniert einfach so, dass wir einfach mit der Musik später auf den Takt in den Knien rücken. Wir gehen schön locker in die Knie. Und das kann man dann je nach Variation mehrmalige Wiederholungen hintereinander machen. Immer gezählt bis 8. Ich mach's einmal vor, dass es bei rechts beginnt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann kann man das auch mit dem Oberkörper variieren. Nimm mal den Oberkörper mit. Schön nach vorne. Schön auf die Takt später. 5, 6, 7, 8.